Ich sag fertig, ich sag ey, fertig, fertig, ich sag hey, ich sag hau, hey, hey, hey. Ich sag cool, ich sag Champions, cool, cool. Ich sag Champions, rock and roll. Die coolen Champions von draußen werden sie. Ey, jetzt klingt nicht so, was ist die Welt, aber ich kenne sich nicht ab. Schau, schau, da, was passiert, was passiert, was passiert, was passiert. Die coolen Champions, es ging hoch und reißen, das ist das Gezettel. Das ist ein Gezettel, das ist ein Gezettel, das ist ein Gezettel. Herzlich willkommen zu die coolen Champions. Yeah, schau. Wie ist es wohlbekommen, wenn ihr euch fragt, wer ist der Spackenbär da vorne rumstringt? Ich bin der Winnie der Woche, von der euch bis zum Anfang zur Sendung mit erzählen, bevor es nicht losgeht. Wir werden ja ein paar Stunden hier zusammensitzen und erstmal für die Entspannung. Alle, die hier sitzen, hier und hier und hier, ihr kriegt jetzt erstmal Getränke gereicht. Alle, die hier oben sitzen in den Blöcken, wenn ihr, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wo ihr reingekommen seid, wenn ihr den Gang nach oben geht, das gilt für beide Seiten, wenn ihr dann nach links geht, da gibt es einmal ein Getränkeautomat, wo man sich kostenlos Wasser ziehen kann oder auch Wasser kaufen kann, da könnt ihr natürlich immer wieder hinnehmen, wenn ihr sagt, boah, ist das warm, dann gibt es da oben natürlich dann auch was zu trinken. Wir sitzen ja so ein paar Stunden zusammen und ich weiß nicht, ob jeder weiß, wer so neben und hinter einem sitzt, macht mal ganz kurz Folgendes, weil das ist ja eine Familiensendung. Liebes Publikum, auch die Länge hier unten, dreht gleich mal ganz kurz um und sagt am Hintermann einen wunderschönen guten Abend. Gehen sich ja alle um. Ja. Das sag ich. Ja, zum Ernst, wenn ich in der Mitte sitzen würde, ich würde mich auch ok. Am Geiz ist immer die letzte Reihe. Dieser Blick ins Normaler herrlich. Wenn die Sendung nachher losgeht. Herzlich willkommen. Hallo. Die Kelly-Family. Wenn die Sendung nachher losgeht, bekomme ich 1€ die Stunde dafür, dass ich hier links stehe, wo die jungen Menschen mit den Strohhüten da gerade sitzen. Und ja, die anscheinend noch mehr getrunken haben. Nein. Und wenn die Sendung losgeht, werdet ihr sehen, hier auf den großen Leinwänden, da beginnt der Code Opener. Das heißt, der Zuschauer zu Hause sieht den Vorspann, hört die Musik. In dem Moment, wenn die Musik so langsam zu Ende geht, gehen wir auf einmal hier ins Studio rein. Und dann macht ihr dem Publikum was total Verrücktes. Ihr schreit einfach auf, als ob es euch nie jemand gesagt hätte. Das sind kompletten Schrehen auf, also standing ovation. Und das geht dann so lange im Rücken, bis die Kandidaten rauskommen mit den Moderatoren und so weiter. Und wenn ihr in der Sendung immer irgendwie Musik hört, immer gerne mitklatschen, anfeuern. Und übrigens hier, ihr seht das ganz gut, aber auch da oben. Hier werden die Kandidaten immer nach vorne laufen, werden dann hier ihren Bademackler ausziehen. Da dürfen gerne die Frauen hier oben kreischen, wenn Conny oder sonst irgendjemand sich dann auszieht. Dann kommen die Prominenten hier runter, klatschen hier einmal komplett ab, gehen ins Wasser. Und übrigens gerade für euch hier, oder für euch, egal wo ihr sitzt, wenn ihr mal gerade beim Synchronstimmen von eurem Platz aus nicht so gut sehen könnt, steht einfach auf. Also könnt gerne während der Sendung, wenn irgendwas stattfindet, aufstehen, damit ihr euch das dann besser antreten könnt. Du hast eine Frage? Du willst was zu trinken? Ja komm! Ja komm! Nein, du kriegst es!